Musik Vom boshaften Hannes Was das für ein boshafter Junge ist, der Hannes! Da zieht er neulich mit einigen Schulkameraden zum Tor hinaus. Jeder der Knaben hat seinen Papierdrachen mitgenommen, den wollen sie auf der Pfingstwiese fliegen lassen. Vor ihnen läuft Nero, der halb ausgewachsene und schon so große Hund des Hannes. Mein Drachen steigt doch noch einmal so hoch als eure schlechten Papierlappen da, ruft Hannes unterwegs. Wir werden es ja sehen, meinten die anderen und beachtet. Wir hatten sein Geschwätz nicht weiter. Gut, wetten wir, spricht jener und steht. Wir können unser Geld besser brauchen als zum Wetten, sagen die anderen und gehen vorwärts. Wessen Drachen am höchsten steigt, der hat die meiste Freude und daran kann er genug haben. Jetzt waren sie auf der Pfingstwiese angelangt. Sie nahmen ihre Papiervögel und ließen sie steigen. Der Wind war günstig. Am Anfang hob sich auch wirklich der Drachen des Hannes am ruhigsten und sichersten, während die der anderen fortwährend hin und her schwankten, ehe sie stiegen. Bald aber drehte sich das Ding und zuletzt standen die übrigen Drachen viel höher als seiner. Noch ist nicht alle Tage Abend, rief er mit großer Zuversicht. Aber innerlich verdross es ihn nicht wenig. Was war zu tun? Er mochte zerren oder ziehen, laufen oder stillstehen. Es wollte ihm nicht gelingen, den anderen zuvor zu kommen. Jetzt lief dem Buben die Galle über und er ließ seinen Ärger an den Spielgenossen aus. Bald sprang er vor ihnen vor die Füße, bald suchte er sie im Laufen seitwärts in den Graben zu stoßen und was dergleichen Bubenstreiche mehr waren. Alles umsonst. Seine Kameraden waren gewandte Jungen, geschickt wussten sie ihm jedes Mal auszuweichen. Gib dir keine Mühe, Hannes, sprachen sie mit größter Ruhe. Pass auf, dass du nicht selbst stolperst. Hochmut kommt vor dem Fall. Nichts krägt den Zornigen mehr als die Ruhe derer, gegen die er seinen Zorn aussassen möchte. Der böse Junge geriet förmlich in Wut. Am liebsten wäre er gleich über die Spielgenossen hergefallen und hätte darauf losgeschlagen, aber freilich er wusste, dass er da schlecht angekommen wäre. Er hielt ja auch immer den Faden seines herrlichen Drachens in der Hand und wollte ihn nicht loslassen. Dabei gebärdete er sich teppisch, dass die anderen lachen mussten. Sie mochten wollen oder nicht. Ich will euch lehren, über mich zu lachen, schrie er jetzt, da er sich nicht anders zu helfen wusste. Nero, fass die Buben da, fass! Nero, so jung er war, pflegte sonst recht gern dabei zu sein, den Leuten, auf die er gehetzt wurde, ein Stück aus dem Rock zu zehren oder sie in die Waden zu beißen. Heute war er vernünftiger als sein Herr und in lustiger Laune. Statt die anderen Knaben anzufallen, sprang er spielend und bellend an Hannes herauf und hinderte den im Laufen. Fass, Nero, fass! schreit dieser fortwährend und tut alles Mögliche, den Hund böse zu machen. An dem aber fällt sein eigener Drachen in derselben Richtung nieder, wo er das Tier hinhetzt. So wie mein Nero, der nun endlich doch billig gemacht ist, den fallenden Papiervogel sieht, wie der so jämmerlich am Boden zappelt, fährt er wie der Wind darauf los und packt ihn und zaust ihn, dass die Fetzen nur so herumfliegen. Nero, lass los! schreit der Hannes, der es mit Schrecken erblickt. Lass los! Dabei läuft er, was er nur kann, dem Hunde nach. Ja, schrei und lauf, du, so viel du willst. Mein Nero meint, er müsse seine Beute nun auch gleich mitbringen. Mit dem lustigsten Sprüngen, den Kopf stolz in die Höhe gereckt, trägt er den zerfetzten Vogel im vollen Rennen nach Hause. Die großen Augen und das aufgerissene Maul, die auf dem Drachen gemalt waren, passten herrlich zu der traurigen Lage des Papiernen und Ungeheuers. Es sah aus, als ob es aus Leibeskräften um Hilfe schreien wollte. Und was tat der Hannes? Er lief und wütete immerfort hinter dem Hundeherr und merkte gar nicht, dass alle Leute, die den Spektakel mit ansahen, über die komische Jagd sich lustig machten. Unterdessen spielten die anderen Knaben auf ihrer Pfingstwiese noch lange Zeit zusammen, in Luft und Einigkeit, und waren froh, den Hannes-Großmaul loszusehen. Wie mag der sein herrliches Prachtstück zu Hause wiedergefunden haben? Wie mag der sein herrliches Prachtstück zu Hause wiedergefunden haben?